Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, deinem Vlog rund um das gesunde und komfortable Radfahren. Rennrad und Komfort, passt das überhaupt zusammen? Genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Rennrad und Komfort, passt das zusammen? Genau dieser Frage gehen wir heute nach. Mit dabei Madeleine und Kim, hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Madeleine, du als ehemalige Bundesliga Rennradfahrerin, du warst wahrscheinlich eher so auf möglichst flach und möglichst schnell auf dem Fahrrad sitzen aus. Da hat Komfort jetzt vermutlich nicht so die große Rolle gespielt, oder? Da hast du recht. Schnelligkeit und Aerodynamik waren auf jeden Fall der Fokus, aber auch ich mache lange Trainingsfahrten und wenn da eine Sitzposition nicht stimmt, wenn der Komfort nicht passt, dann ist das Ganze einfach nicht angenehm. Naja. Rennradfahren ist ja jetzt nicht nur für die jungen und sportlichen Rennradfahrer oder Fahrradfahrer interessant, sondern es wird ja auch immer beliebter bei Älteren. Kim, wie sieht das aus? Ist denn Komfort für die älteren Rennradfahrer wichtiger als für die jüngeren? Grundsätzlich ja, aber es gibt natürlich auch unter den älteren Leuten, die fit sind, die gestellt sind, die auch keine Schmerzen spüren, aber die meisten von euch, ihr kennt das, ihr kennt das schon, die Probleme mit dem Sattel oder auch vielleicht mit den Händen oder mit dem Nacken. Marleen, du hast gerade eben schon angesprochen die Sitzposition, wenn die nicht stimmt, dann tut es irgendwo weh. Wo hattest du Probleme? Also bei mir war der Knackpunkt tatsächlich der Sattel. Dazu bin ich dann auch erst mal auf den Darmsattel umgestiegen. Außerdem auch am Lenkerbereich, wenn du lange sitzt, kommt es vor, dass du vor allem im Nacken Verspannungen bekommst. Aber mit einer richtigen Radeinstellung kann man da super entgegenwirken. Also wir merken schon, Komfort ist nicht nur was für die Alten und Gebrechlichen unter uns, so wie Kim und mich, Entschuldigung Kim, sondern ist halt auch ein Thema bei den Fitten und bei den Aktiven, so wie Madelehen. Aber Kim, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel an meinem Rennrad oder in dem Fall jetzt von Madeleine den Komfort verbessern? Ja, setze ich doch mal drauf, Madeleine, dann gucken wir mal. Man sieht natürlich hier die Rennpfeile, die ist schon sehr aggressiv von der Geometrie, das heißt ein langes Oberrohr, dann hier keine Spacer unten drin, langer Vorbau und wenn man sich jetzt von der Seite anschaut, der Rücken ist schon sehr flach. Das ist gut für die Aerodynamik, gut für den Topspeed, sieht. Aber Madeleine, Hände, Nacken, da ist schon ganz schön Gewicht drauf. Ich denke, man ist relativ weit vorne, sehr kompakt, wodurch wir einfach auch hier einen langen Hebel haben, was natürlich die hintere Schulter und auch den Nacken stark beeinflusst. Also man sieht, finde ich, jetzt schon, ja, dadurch, dass man so gestreckt sitzt, zieht sich die Problemzone oder diese ganze Problematik einmal durch den ganzen Oberkörper durch. Wie können wir dem dann jetzt entgegenwirken? Ja, es gibt dann die einfachste Möglichkeit, hier zum Beispiel die Space erstmal nach unten zu montieren, dadurch kommt der Lenker schon ein bisschen höher. Er ist natürlich immer noch ziemlich weit entfernt, da kann man hier so einen kurzen Vorbau nehmen, dann muss man schon ein bisschen mehr umbauen, aber ist eigentlich auch kein Problem. Ich komme aus dem Mountainbiken und da kenne ich es so, dass sehr viele Hersteller dazu übergegangen sind, die Griffe in zwei oder drei Größen anzubieten. Jetzt haben wir hier am Rennradlenker das Problem, hier kann ich ja gar keine Griffe montieren. Ich habe sehr große Hände, Madeleine, du hast glaube ich es recht klein im Vergleich. Wie kann man jetzt der Problematik entgegentreten? Also auch da wieder von einfach zu kompliziert, das Einfachste ist einfach das Lenkerband wechseln, nimm ein dickeres oder ein dünneres, je nachdem, was du brauchst und das, was du auch gerne hast. Dann kann man natürlich den Lenker insgesamt wechseln. Wir werden das später noch mal sehen. Es gibt andere Lenkerformen oder man kann natürlich die Bremsgriffe hier auch noch etwas verstellen, also wo sie platziert sind und auch die Griffweite. Die Geometrie eines Fahrrades spielt ja auch oftmals eine Rolle, wenn ich jetzt mit dem Rennradfahren neu anfangen möchte und jetzt nicht direkt auf hier so eine Carbon-Rennpfeile gesetzt werden möchte. Worauf muss ich da achten? Ich habe hier nochmal ein anderes Fahrrad. Ja, Madeleine, vielleicht setze ich da mal drauf. Also man sieht schon, dass es nicht ganz so aggressiv aussieht. Ja, das Oberrohr ist auch schon deutlich kürzer und ich bin gespannt, wenn Madeleine jetzt drauf sitzt. Ja, man sieht das schon. Ja, Madeleine ist nicht so weit vorgebeugt, weil der Lenker ist näher dran und höher. Und dadurch, ja, Madeleine, wie fühlt sich das an? Genau, der Hebel ist einfach nicht so lang. Ich kann hier vorne entspannter sitzen. Ich habe nicht so viel Druck auf meinen Armen, auf meinen Schultern. Das ist einfach etwas komfortabler. Ja, das sieht auch für mich schon deutlich angenehmer aus. Ein bisschen aufrechter, ein bisschen entspannter, vor allem im Schulterbereich. Ja, so kennst du das vom Mountainbike, ne? Ja, da sieht das noch ein bisschen anders aus. Schön die Sattelstütze runter, genau. Okay, haben wir im Lenkbereich sonst noch Möglichkeiten? Also, man sieht hier der Lenker, der ist ein ganz eleganter, einteiliger Lenker und die Form ist anders. Hier ist so eine breite Fläche und wenn du jetzt mal ich auch mal greifst mit deinen großen Händen, da findest du selbst genug Platz. Aber es ist natürlich aufwendig, dann den ganzen Lenker zu wechseln. Hier sieht man auch, die Spacer sind schon montiert. Dadurch kommt der Lenker auch etwas höher bei diesem Rad. Madeleine, du hattest das vorhin schon angedeutet. Du hattest vor allem Probleme im Sitzbereich. Wie hat sich das genau dargestellt? Und vielleicht kannst du, Kim, direkt im Anschluss dann dazu mal ein paar Tipps geben, worauf man im Sitzbereich achten kann. Dadurch, dass ich auf der Rennmaschine sehr lang gestreckt bin, ist mein Becken ja auch sehr weit nach vorne gekippt, was mir gerade bei längeren Fahrten Schmerzen bereitet hat. Ich bin dann als erstes auf den Darmensattel umgestiegen. Die sind von der Ergonomie einfach ein bisschen anders. Das Becken von Frauen ist auch anders gestaltet als das von Männern. Vielleicht kann Kim das gerade einmal demonstrieren. Also man sieht das hier, das Becken der Frau ist anders geformt und viele Frauen, so wie Madeleinen, sind sehr beweglich. Dadurch kann das Becken sehr weit nach vorne gekippt werden. Und jetzt entsteht hier natürlich dann viel Druck und dann ist hier so eine spezielle Aufsparung sehr sinnvoll. Ja, also ihr habt schon angerissen. Es gibt einen Unterschied zwischen Frauen- und Männerrennradsätteln. Kim, wenn ich mich jetzt für einen Sattel interessiere, für das Rennrad, worauf muss ich da genau achten? Also einfach anfangen, was brauche ich? Darmensattel, Herrensattel, man sieht, die haben unterschiedliche Anatomien. Und auch die Entlastungen sind an den Stellen, wo man das braucht. Oder die Frau weiter vorne, beim Mann eher zentral. Dann natürlich die richtige Größe. Dafür solltet ihr euch ausmessen lassen und dann die richtige Größe wählen. Das Dritte ist dann, natürlich muss die Form auch passen. Also da auch mein Tipp, fahrt auf jeden Fall dann verschiedene Sättel mal Probe. Guckt, welcher da gut passt. Okay, das klingt jetzt alles ein bisschen komplexer. Man muss doch ein paar Dinge beachten. Wir haben ja schon eine Folge darüber gedreht, wie man den richtigen Sattel findet. Falls euch das jetzt aber interessieren sollte, wie ihr den richtigen Rennradsattel für euch findet, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Dann würden wir, falls Interesse besteht, dazu auch noch eine eigene Episode drehen. Ich denke, das kriegen wir ganz gut gefüllt. Ich bin dabei. Wunderbar. Madeline, du hast mir noch gesagt, dass du am Anfang doch ein bisschen experimentieren musstest mit deiner Sitzposition. Wie hat sich das dargestellt? Richtig. Bei den Frauen ist manchmal das Problem, rutsche ich nach vorne, muss ich den Sattel vorne hochstellen? Wie gehe ich da am besten vor? Das ist natürlich sehr individuell. Jeder muss das ein bisschen für sich herausfinden. Grobeinstellungen habe ich tatsächlich selbst zu Hause gemacht, aber dann das Feintuning durfte Kim übernehmen. Und so bin ich tatsächlich auch sehr komfortabel auf meiner Rennmaschine unterwegs. Wunderbar, das sei dir gegönnt. Wie finde ich denn jetzt die richtige Position für mich? Ja, also wie Marlene schon gesagt hat, ihr könnt erstmal selber ausprobieren, grob eure Position zu finden. Das Wichtigste ist dann erstmal die Sattelhöhe. Da gibt es den Hygifaktor. Ihr messt also eure Innenbeinlänge aus, multipliziert das. Dann habt ihr eine Sattelhöhe. Die könnt ihr dann einstellen. Oder ihr benutzt die Fittingbox. Da sind dann auch entsprechende Tabellen drin. Und dann könnt ihr auch genau schauen, was ihr braucht. Ja, falls euch das mit dem Hygifaktor vielleicht ein bisschen zu viel ist, schon etwas zu tief ins Detail reingeht, guckt mal unten in der Videobeschreibung. Denn in der Fittingbox gibt es eine kleine Tabelle, die wir euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann müsst ihr das nicht mehr selbst ausrechnen, sondern könnt dann die bei euch ausgemessene Innenbeinlänge und die dazu passende Sattelhöhe ablesen. Und dann könnt ihr es direkt so einstellen. So, Kim. Im Sitzbereich gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Neben dem Sattel gibt es ja auch noch die Sattelstütze. Das Modell, das ist ja jetzt einfach eine ganz normale Sattelstütze. Und an dem Rad hier sieht die Sattelstütze ein bisschen anders aus. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine ganz moderne Flexstütze, die gibt es ein bisschen nach und das sorgt dann einfach für mehr Komfort. Merkt man insbesondere, wenn man Passagen hat wie Kopfsteinpflaster oder einfach Stellen, wo die Straße uneben wird, da dämpft die Sattelstütze ein bisschen. Das entlastet vor allem den unteren Rücken und führt da auch einfach zu mehr Komfort. Du hast da offensichtlich schon mit Erfahrung gemacht, ja? Richtig, ich durfte die Sattelstütze lange fahren, habe sie auch im Rennbereich gefahren. Und wenn man da in Belgien, Holland unterwegs ist, da macht es dann schon Sinn, wenn man da ein bisschen Entlastung hat. Alles klar. Jetzt haben wir den Lenker und den Sitzbereich abgedeckt. Ich selbst habe ja ab und zu auch mal Probleme mit einschlafenden Füßen, also dem dritten Kontaktpunkt mit dem Fahrrad. Woher kommt das und wie kann ich dem entgegenwirken? Also das erste ist natürlich, wählt den richtigen Schuh, der sollte die richtige Größe haben, die richtige Passform, der muss richtig gut sitzen. Weil ihr fahrt ja auch lange dann in dem Schuh und ihr habt immer diese Belastung durch die Pedale. Da sind wir schon beim zweiten Punkt, das Glied, also die Verbindung zur Pedale, sollte immer richtig eingestellt sein. Und das dritte ist, wenn man dann mit so einer Einlage arbeitet, dann wird der Fuß auch richtig gut geführt und gestützt. Genau, auch ich habe die Einlage drin. Der Schuh ist einfach sehr schmal geschnitten und die Sohlen, die in den Schuhen verbaut sind, sind einfach meist vom Fußbett nicht so gut. Mit der Einlage habe ich einfach die Möglichkeit, jetzt mehr Druck auch aufs Pedal zu bringen und der Fuß wird optimal gestützt. Also das heißt, man kann mehr Kraft übertragen, der Fuß ist ergonomischer gelagert und man hat weniger Schmerzen und so. Genau. Rundum nur positive Sachen zu berichten. Ihr beiden, wir sind soweit durch mit den drei Kontaktpunkten. Habt ihr vielleicht für uns noch einen abschließenden Tipp? Mein Abschlusstipp wäre noch, dass man sich neben der ganzen Radeinstellung auch ein bisschen auf sich selbst fokussiert. Viele Athleten sind bei mir in der Betreuung, die Probleme mit dem Rumpf haben, sprich Bauchmuskulatur und Rücken, sind hier ganz entscheidende Faktoren. Die müssen mit gestärkt werden. Sind die nicht trainiert, sind lange Fahrten auf dem Rad eher anstrengend. Ja, da würde ich mal mit reingehen, um auch da mehr Komfort zu haben. Ihr seht den Rennlenker, der hat viele Positionen. Unterlenker wird oft sehr wenig gefahren, aber fahrt das ruhig mal häufiger und nicht nur, wenn ihr Vollgas fahrt, sondern einfach auch, um den Körper anders zu belasten. Marlen, du bist ja auch im Indoorcycling sehr aktiv und hast schon die mangelnde Fitness angesprochen. Gerade im Winter, da ist es natürlich nicht so angenehm, draußen zu fahren. Daher legen wir euch doch gerne ans Herz, mal Indoorcycling auszuprobieren. Wir haben mit dir schon eine andere Folge gedreht, wo es genau darum geht. Die verlinken wir euch auch hier oben im Video. Schaut gerne mal rein. Und zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, man kann an allen drei Kontaktpunkten entweder mit den bestehenden Bauteilen viel verändern oder für mehr Komfort sorgen, indem man die Bauteile neu einstellt oder neu positioniert, ausrichtet. Oder aber man kann natürlich auch neue Gegenstände, Bauteile wie Sattel, Sattelstütze und so weiter kaufen. Das war's, würde ich sagen, von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr vielleicht noch Fragen, Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt uns die auch gerne unten in die Kommentare rein. Oder vielleicht auch als E-Mail, wenn euch das lieber ist, an info at bikeergonomics.com. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Fahrt, Fahrrad, Fahrt, Fahrrad, Fleißig, Fleißig, Fahrrad. So rum. Und ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis bald und bleibt uns treu.